Das ist ein Gas-Camino. Meine Waffe! Los! Schießt nicht mehr, Waffe klemmt! Bist du wieder auf der Taste eingepinnt? Bitte? Bist du wieder auf der Taste eingepinnt? Nee, eigentlich nicht, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich hellwach. Los! Ah, die geht ab, oder? Oh, die hat sogar klappt, das ist ja geil. Ah, die geht ab, oder? Oh, die hat sogar klappt, das ist ja geil. Ah, wenn dran. Gut, 4 auf 80. Ja, ich weiß nicht. Rechts von uns auf unserer 5 ist eine KI 10. Nein, 2 sogar. Okay. Wollen wir da hinten fliegen? Ja, die sind recht nahe, die kommen in unsere Richtung. Ja. Ja. Es sind 3 insgesamt. Nähe. Komm her an. Äh, äh. Äh. Gww. 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 Hab einen. Und jetzt sah ich nach Sand. Hab ihn. Uuh, ich hab nur noch 1000 Sturz. Alter, Dinder trotzt ja so raus. Naja, ist übel. Ich fänge immer noch an dahin dran. Da hat gerade ein Doppeldecker einen Install gekocht. Ah, der geht down. Schön. Wow. Keine Abschlusshilfe? Hm. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Nee, aber ich hab was gesehen Richtung Norden. Ah, A5. Mhm, checker. A5 und nur KI10. Kommen wir zu dir. Oben links. Äh, KI-Gegner. Zerstören! Ich wiederhole! Zerstören! Lass mal auf die A5 gehen. Will mir nicht etwas unterziehen, hat der Freund gesiegt. Oh, da macht er mit. Jetzt kommen wir auf die A5. Wir haben einmal getroffen. Gleich hinterher. Ich krieg mich rein. Oder auch nicht. Ohohohohoho. Ohohohoho. Der wollte mich ja verarmen grad. Ja, die hat noch mehr Kurvengeschwindigkeit. Ja, die sind krass. Ja, die sind krass. Die Japsen-Dinger. Die sind ganz gefährlich. Und die muss auch übernehmen. Ich kann nur ein wenig um den Kampf halten. Ich weiß gar nicht, will er mich, will er dich? Ich sehe das nicht. Ich will mich, ich will mich. Okay. Dann drehen wir uns jetzt alle in den selben Kreis. Na, jetzt schwenke ich mich. Dann komme ich zu dir. Ja, warte. Ich komme, komme, komme. Wo ist er denn? Sieg gegen Südwest. Ah, check, ja. Ich komme jetzt. Ich hoffe, Rotz da gerne ein Schiff in Munition. Ich bin klein. Wir drehen ab, oder? Der ist jetzt hinter mir, oder? Ne. Ich drehe der jetzt. Der ist 1. Degenantrieb. Los. Das schließt wieder auf. Ich konnte noch einmal treffen. Wunderbar! Wiederhole, kehre zum Schutzpunkt zurück. Kraftlinik ab! Oben fliegen noch Bomber. Unsere 2. Beobachter. Wollen wir uns hier holen? Die A5M hat bestimmt keine Munition mehr. Ne. Dann lass uns die mal holen. Dann fliegt die gleiche Geschwindigkeit Wesen von sich da. Nein, nein, da dran. 500 Meter. Ja. Das ist ein Gas-Kanier. Meine Waffe! Los! Du schießt nicht mehr. Waffe klemmt. Wie kann ich die überheben? Nein. Ist das vielleicht überhitzt oder so? Ne, steht Waffe klemmt, steht unten rein. Kann nicht mehr schießen. Scheiße. Kann man das Flugzeug verlassen? Keine Chance, ich kriege keinen Schuss mehr raus aus der Kiste. Du brennst! Du brennst! Ja, mein Motor. Ja, guck mal nach hinten. Dein ganzes Heckdruck. Fuck. Der hat mich platgemacht. Versuch, der hat einen Heckgunner. Versuch mir mal einen Landeplatz. Scheiße. Scheiße. Jetzt sind wir zu viel, ey. Das ist ein ganzer... Scheiße, ich muss abspringen. Sind wir noch zurück jetzt zum Flugflug? Oh. Ne. Wie gehts? Wie gehts? Weit. Wiedsing nach großen Säten sind sicherlich.